Wir atmen tief durch und erfreuen uns an dem mega, mega, mega Hit, der so ein bisschen so was ist wie der Gruß meines ganzen Fernsehgarten-Teams, der ganzen Fernsehgarten-Familie an Sie, liebe Live-Zuschauerinnen und Live-Zuschauer, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer. Es bedeutet so viel wie, wir wünschen Ihnen nur das Beste. Wishing you well, hier sind nochmal für Sie Stanford. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.